So, willkommen zu einer kleinen Folge Pokémon GO. Noch eine Infofolge, mein ganzer Plan ist schon wieder über den Haufen geworfen, denn der D-D-D-Dave hat gefragt, ob ich vielleicht und ich hab gesagt, und dann kann ich mal und dann hin und her und sonst was. Ähm, um was geht es? Eigentlich wollte ich heute was ganz anderes machen. Ich wollte eigentlich heute nur die New Pokémon Snap Forschung machen. Ich war extra heute früh um 10 Uhr gleich draußen, habe ein Video gemacht. Das Video wäre eigentlich dieses, das ist auch hochgeladen. Da habe ich alle vier Kapitel gemacht von der Forschung, schön vor Ort gezeigt. Gab sogar ein hundertprozentiges Pokémon dabei. Welches das ist, seht ihr im Video. Ähm, wollte das heute direkt hochladen, aber in der Gruppe war so viel los, ich musste leider was anderes hochladen. Erstmal um zu zeigen, wie man überhaupt Fotos machen kann, ja. Weil viele das gar nicht wissen. Dann habe ich gedacht, lädst du das halt dann hoch. Jetzt muss ich aber, Zeit, das Zeitmanagement, ne. Wir müssen jetzt dieses Video machen. Weil da gibt es was zu gewinnen. Und das geht nur noch bis morgen. Und so habt ihr dann heute den Tag noch Zeit. Morgen den Tag noch Zeit, sonst ist das weg. Gleichzeitig habe ich schon eine Folge Unboxing hochgeladen, die heute nach dem Stream kommt. Das heißt, eigentlich heute wieder volles Programm wäre gewesen, das eine Video, das andere Video, der Stream, 18 Uhr, Despo da, Raids für Zuschauer, wenn ihr noch ein Despo da braucht. Gönnt euch, macht mit, kommt rein. Jeder kriegt ein Raid, jeder darf ein Raid machen. Und abends noch ein anderes Video. Jetzt werde ich aber mein Forschungsvideo auf morgen, auf Freitag verschieben, ist da erst releasen, wo es dann eh schon keinen mehr interessiert, weil alle heute ihre Forschung schon fertig gemacht haben. Aber es geht nicht anders. Go Games hat nämlich ein kleines Gewinnspiel für euch. Und ist immer so eine Sache, Werbung für andere machen und hin und her. Im gegenseitigen Support ist eigentlich was Gutes. Es ist jetzt aber nichts, wo ich mich komplett hier verbiegen muss oder irgendwas. Sondern es geht ja trotzdem um euch. Ihr wisst, warum ist das Event gerade da. New Pokémon Snap ist erschienen. Da deswegen auch das Event. Und das gibt es auch zu gewinnen. Ist also im Prinzip ein Spiel für die Nintendo Switch. Oder irgendwas. Ich habe mich gar nicht mit befasst. Auf jeden Fall gibt es zweimal Pokémon Snap zu gewinnen. Wer einen Nintendo Switch hat, Wer Let's Go Evoli hat, Let's Go Pikachu, Schwert, Schild, der möchte natürlich auch Pokémon Snap haben. Deswegen gibt es hier ein kleines Gewinnspiel, wie ihr gewinnen könnt. Postet bis Freitag, den 30.04. Heute ist der 29.04. Deswegen heute ist auch Donnerstag. Postet bis Freitag, 30.04. 23.59 Uhr euren coolsten Snap. Aus Pokémon Snap, Pokémon Go oder aus einem der aktuellen Pokémon Spiele auf Twitter. Und verwende die Hashtags GoGames und Pokémon Snap. Wir drücken euch die Daumen. Giveaway Pokémon Switch, New Pokémon Snap. Also es gab wohl schon mal Pokémon Snap. Deswegen heißt das ja New Pokémon Snap. Diejenigen, die das natürlich haben, Pokémon Snap, interessieren sich sicherlich dafür, wenn es jetzt Nachfolger gibt und der noch viel krasser und besser und schöner und sonst was ist. Ich habe keine Ahnung, was das überhaupt ist. Und deswegen, wenn ihr Pokémon Snap habt, könnt ihr mitmachen. Wenn ihr nur Pokémon Go habt, könnt ihr mitmachen. Oder wenn ihr ein anderes aktuelles Pokémon Spiel habt. Selbst wenn das, wie gesagt, Let's Go Evoli, Let's Go Pikachu ist. Pokémon Schwert, Pokémon Schwillt, Pokémon... Joa, mehr gibt es nicht. Gut. Sind ein paar Kommentare drunter und da sieht man schon, warum auf Twitter und nicht auf Facebook? Nicht jeder hat Twitter. Man muss sagen, Facebook ist im Prinzip veraltet. Twitter ist der Shit, wenn es um Pokémon Go geht. 90% aller Twitter-Accounts haben was mit Pokémon zu tun. Gefühlt. Ich habe selbst einen Twitter-Account, auf dem ich nichts mache. Den habe ich vor 100 Jahren mal angelegt. Ansonsten, Twitter ist die Plattform. Schilling, Twitter, Niantic, Twitter, alles Twitter, alles was abgeht, ihr erfahrt alles bei Twitter zuerst. Ich finde Twitter auch doof, muss ich ehrlich sagen. Ich kann mit Twitter nichts anfangen. Ich finde das übelst hässlich. Äh, noch schlimmer als Twitter ist nur TikTok. Aber trotzdem, keine Ahnung. Und fang nicht wieder an mit, warum streamst du nicht auf Twitch? Naja, ich bin oldschool, ich benutze Facebook, deswegen kennt mich keiner und ich streame auf YouTube. Fertig. Twitter, ne, warum nicht jeder hat twittert, aber theoretisch könnte sich jeder Twitter holen. Man könnte auch sagen, nicht jeder hat Facebook. Man musste sich, die, die kein Facebook haben, konnten sich aber einfach einen Facebook-Account machen und hatten dann Facebook. Nicht jeder hat Twitter, aber jeder könnte sich einen Twitter-Account machen. Und wenn das nun mal da ist, dann ist das halt nun mal da. Ha? Fertig. Aber wenn ich mitmachen möchte, muss es ja nicht. Ähm, na super, ich habe keinen Twitter und lade es deswegen auch nicht runter. Nur damit jemand anderes sowieso gewinnt. Immer diese Negativität. Dann sehen wir hier richtig schöne Bilder schon mal. Guck mal, Geo-Games und Pokemon Snap. Ja, die haben es auf jeden Fall richtig drauf. Einfach nur süß, mein Glatziola. Ähm, das Bild ist jetzt halt nichts Besonderes. Es ist halt einfach nur so. Also da könnt ihr richtig kreativ sein bei eurer Sache, aber erstens sollt ihr das auf Twitter posten. Es bringt also nichts, wenn Leute hier ein Bild reinknallen, ja. Dann Geo-Games. Oh mein Gott, das wäre jetzt eh schon falsch, weil es heißt Go-Games und nicht Geo-Games. Und dann Pokemon Snap, damit das überhaupt ein Hashtag ist, wird das auch zusammengeschrieben anstatt Pokemon und hinten ein Snap dran. Also, ihr kennt das von den Gewinnspielen, die wir immer machen, wenn wir mal einen Account verlosen oder einen Shiny oder ein legendäres oder Google-Guthaben oder sonst was. Hashtag ist wichtig und bei uns war es auch, wenn jemand gezogen wurde und der Hashtag war falsch, dann war es egal, ob der gezogen wurde bei einer Auslosung, weil der Hashtag war ja falsch. Und wenn man statt Go-Games einfach Geo-Games schreibt, dann muss man sich nicht wundern, wieso man nicht gewinnt. Was ich aber eigentlich ganz cool fand, war hier Go-Games, Pokemon Snap, okay, einer meiner lustigsten Momente. Erst macht es die Brücke kaputt, damit ich ihm nicht folgen kann und dann haut es ganz hochnäsig ab. Ach, tschüss. Ist ganz witzig, ne, aber trotzdem, das ist Facebook hier. Ihr müsst das bei Twitter posten, ja, bei Twitter bitte posten. Deswegen macht es nicht, wie die Kollegen da. Geht auf Twitter, wenn ihr einen Twitter-Account habt, ist das ja eh kein Problem. Viele sind auf Twitter, heißen da einfach nur Hans Ferdinand TL mal 40, ne, TL 40 mal 100, das heißt dann immer Trainer Level 40 mal 100, damit ihr wisst, wie oft die schon Level 40 sind. so drücken sich die meisten aus auf Twitter. Wer kein Twitter hat, muss sich ja keins machen, macht halt nicht mit. Wer Twitter hat, kann einfach da mal ein Bild posten, aber halt ein schönes Bild. Gebt euch Mühe, macht irgendwas Interessantes, legt euch in die Badewanne, ähm, nehmt ein, Carbador, macht ein Bild, wie es auf eurem, macht, lasst euch was Eigenes einfallen, macht nicht jeden Mist mit, den man so sagt, auf jeden Fall, das sind die zwei Hashtags, es steht hier dabei, ich hoffe, ihr könnt lesen, Hashtag Go Games und Hashtag Pokemon Snap. Achtet bitte drauf, dass das zusammengeschrieben ist, achtet bitte drauf, groß, klein, sonst wie hin und her und postet ein Bild auf Twitter mit diesen Hashtags, ja, bis Freitag 23.59 Uhr, ihr habt den restlichen Tag heute Zeit und ihr habt morgen den ganzen Tag Zeit, so, und wenn ihr das nicht braucht, macht trotzdem mit, vielleicht könnt ihr es ja verschenken und jemandem eine Freude machen oder an eure Kinder, an, fahrt am Kindergarten vorbei und werft sie über den Zaun, irgendwas, werdet ihr schon damit anfangen können, ähm, das war es von meiner Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, Peace out, vorhaut euer Ramses und 18 Uhr Stream, Raids für Zuschauer mit Despotar, ja, macht da mit, ne, ich will nicht hören, dass dann wieder irgendeiner ankommt, fünf Minuten nach dem Stream, hat jemand einen Despotar Raid, ich finde niemanden, der mit mir raidet, ihr habt die Möglichkeit, macht mit, macht mit, macht mit, wir können es nicht oft genug sagen, so, das war es jetzt wirklich von meiner Seite aus, nachher im Stream können wir wieder ein bisschen quatschen, Thomas ist auch am Start und bis dahin, Peace out, vorhaut euer Ramses.